Herzlich Willkommen bei Jesus Atmen. Schön, dass Du da bist. Ich bin Stefan Kunz und ich freue mich auf die Kontemplation mit Dir. Sie hilft Dir, innezuhalten, Sorgen und Ängste loszulassen und Frieden zu finden. In dieser Übung geht es darum, in eine Atemkommunikation mit Gott zu gelangen. Das Ausatmen und das Einatmen kann ein Gleichnis werden für unsere Kommunikation mit Gott, wie sie in der Vergebung der Sünden und im Empfangen des Heiligen Geistes geschieht. Setz Dich für diese Übung bequem hin. Das Schlechte, das Alte, das, worauf Du gerne verzichten möchtest, das, was Du gerne loswerden möchtest, das darfst Du ausatmen. Das Gute, das Neue, das Erfrischende, das Belebende, das Inspirierende darfst Du in Dich einatmen. Nimm diese Ruhe und diesen Segen mit in Deinen Alltag. Weitere Meditationen von mir findest Du in der Beschreibung. Ich wünsche Dir einen gestärkten Tag.